Am Ende des Tages stehst du da und denkst dir, Mist, was mache ich denn jetzt? Und ich habe dir zwei, drei Beispiele mitgebracht von Unternehmen, von Dingen, von denen du hoffentlich eine ganze Menge mitnehmen kannst, dass du vielleicht nicht über Nacht Millionär wirst, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht werden es dann zwei Nächte. Hey, schön, dass du da bist. Ich werde dir heute erzählen, wie du über Nacht von heute auf morgen Millionär wirst. So viele Kunden bekommst, wie du dir nur wünschst und riesige, unglaubliche Umsätze machst. Dazu will ich dir ganz kurz eine Sache zeigen. Ja, Mann, ich habe es geschafft. Ich habe richtig fett Kohle gemacht. Ich bin Millionär, Junge. Ich bin Millionär. Ich muss nicht mehr arbeiten. Wenn du nicht mehr arbeiten willst, dann zieh dir jetzt mein Video rein und ich zeige dir, wie du richtig krass reich wirst. Ich mache mit einer super sicheren Methode jeden Tag 600.000 Euro und das kannst du auch. Ganz ehrlich, kennst du solche Spots? Kennst du solche Versprechen, wo dir jemand erzählt, dass du von heute auf morgen Millionär werden kannst? Wenn du jetzt gedacht hast, da ist mein Vortrag, hier ist genau das, wo ich die Infos kriege, die ich brauche, muss ich dir leider sagen, ein erfolgreiches Business aufbauen, erfolgreich selbstständig sein oder ein cooler Gründer werden funktioniert leider nicht über Nacht. Im Gegenteil, meistens dauert es extrem lange. Und jeder, der dir im Prinzip erzählt, das geht von heute auf morgen oder innerhalb von zwei Wochen, erzählt dir im Endeffekt eigentlich Quatsch. Und was ich so wichtig finde, ist, dass du dir als Unternehmer darüber bewusst wirst, dass du dir darüber bewusst wirst, dass dieser Weg eben ein bisschen länger dauert. Du hast mich ja jetzt gerade in diesem super sympathischen Video gesehen, wie ich im Supermarkt mir die Möhre hinten reingesteckt habe und keine Ahnung, was alles gemacht hat. Aber was ich so wichtig finde, ist, dass du dir das einmal vom Kopf her verinnerlichst, dass du darüber nachdenkst, dass all die Dinge, die kommen werden, all die Rückschläge, die kommen werden, all die Dinge, die du einstecken wirst, dass das letztendlich ausmacht, ob du erfolgreich wirst. Und man sagt so schnell, klar, kein Problem für mich. Felix, ey, total easy. Und dann passiert genau der erste Rückschlag. Dann passieren die ersten Dinge, die nicht klappen. Dann kommen keine Kunden oder deine Kunden zahlen keine Rechnung. Und am Ende des Tages stehst du da und denkst dir, Mist, was mache ich denn jetzt? Und ich habe dir zwei, drei Beispiele mitgebracht von Unternehmen, von Dingen, von denen du hoffentlich eine ganze Menge mitnehmen kannst, dass du vielleicht nicht über Nacht Millionär wirst, aber vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit. Vielleicht wären es dann zwei Nächte. Ein allererstes Produkt, was ich dir ganz gerne zeigen will, was du sicher kennst, ist das. Und ich muss sagen, es ist immer eins meiner Lieblingsprodukte. Ich bin heute Morgen extra noch im Supermarkt meiner Wahl gewesen und habe dieses Produkt gekauft. Du kennst es. Nutella. Und was ich so interessant bei Nutella finde, das ist so ein Produkt, das gibt es seit tausend Jahren gefühlt. Und ich habe dieses fette Glas in der Hand, was ja wirklich auch wiegt. Ich habe ja richtig was in der Hand liegen. Und das Interessante ist, stell dir mal vor, dein Nutella-Glas geht leer. Du kommst nach Hause, du willst dir ein Brot mit Nutella machen und dein Nutella-Glas ist leer. Du gehst zum Schrank, zum Vorratsschrank und da stehen so 20 so Nutella-Gläser hintereinander und du greifst so das erste Nutella-Glas weg, gehst mit dem Nutella-Glas in die Küche, machst das Nutella-Glas auf. Und hier kommt eine ganz, ganz wichtige Sache, die ich gerne mit dir gemeinsam machen möchte. Vielleicht weißt du, was passiert. Dieser Moment, wo du das Nutella-Glas öffnest und ich will es mal mit dir ganz gemeinsam machen, also ganz leise sein zu Hause jetzt. Wir drehen oben an der, mein Gott, ist das fest dazu, an der Plastikkappe. Wir drehen, wir drehen, wir drehen, wir drehen und jetzt kommt ein Widerstand. Wahnsinn. Kennst du dieses Geräusch? Weißt du das noch? Und wenn man es geöffnet hat, das ist aber ein ganz intensives sogar. Wow. Ich glaube, das ist so demomäßig das Beste, was ich bisher jemals hatte. Und wenn man es geöffnet hat, kommt diese goldene Folie. Und das Interessante an dieser goldenen Folie, guck mal, ich kriege Gänsehaut. Ich habe selber Gänsehaut von diesem Geräusch. Also kein Quatsch. Und es kommt diese goldene Folie und das Interessante an der goldenen Folie ist, das was fehlt. Es gibt nämlich keine Lasche, an der du jetzt reißen kannst. Und du hast jetzt zwei Möglichkeiten, das Nutella-Glas zu öffnen. Möglichkeit Nummer eins, kannst du ja mal für dich zu Hause überlegen, sind die, die mit dem Messer einstechen und das mit dem Messer aufschneiden. Möglichkeit Nummer zwei sind die, die das mit dem Finger machen. In der Regel gibt es keine Hybriden, die mit dem Messer denken, ey, wie kannst du es mit dem Finger machen? Und die mit dem Finger denken, ey, wofür brauchst du ein Messer? Aber das hier, das ist ein perfektes Beispiel für zwei Dinge im Marketing. Für ein Öffnungsritual, was wir heute Unboxing nennen, weil diese ganzen Geräusche und das auch, was ich sehe und die Haptik des Glases und ein zusätzlicher Verschluss, das ist ja nicht willkürlich gewählt von irgendeinem Produktdesigner, sondern es geht um Unboxing. Es geht um das Gefühl, das Produkt zu bekommen. Stell dir vor, du kaufst dir ein iPhone, du kaufst dir ein Laptop, ein MacBook und du holst es aus dieser Verpackung, aus diesem Stülpdeckelkarton und du ziehst es so nach oben weg. Das ist ein Öffnungsritual, was hier sozusagen stattfindet. Und eine zweite Sache, die ich im Marketing ganz häufig merke, ist, es geht nicht nur um den visuellen Reiz, sondern du hast weitere Reize. Du hast einen haptischen Reiz. Das Ding hier, wenn ich das auf den Boden fallen lasse, da ist hier der Boden kaputt. Ja, das ist richtig schwer, wenn ich das hier in die Kamera schmeiße, dann scheppert. Du hast einen olfaktorischen Reiz. Riechen, ja, du hast einen auditiven Reiz. Mach dir bitte mal bei deinen Produkten, bei dem, was du anbietest, was du tust, Gedanken dazu, wie du auch die anderen Reize nutzen kannst. Was kannst du noch machen, um hier deine potenziellen Kunden anzusprechen? Ein erstes Beispiel dafür, was man im Marketing schön machen kann und ich freue mich total, dass das mit dem Glas funktioniert hat. Kommen wir von Nutella zu einem anderen Schokoladenbeispiel. Ich hatte folgende Situation. Wir hatten Weihnachtsfeier im Unternehmen. Das ist super. Weihnachtsfeier kennst du. Da gehst du hin, das ist schön. Nur, wenn du selber der Chef bist, dann musst du sagen, da ist das was anderes, weil du musst ja am Ende des Tages bezahlen. Alle meine Mitarbeiter saßen da. Wir waren in einem afghanischen Restaurant. Da haben wir geschlemmt, gegessen. Ich dachte irgendwann schon, das wird aber ganz schön teuer. Der Ernst ist spaßiger. Morgen müssen die Leute aber wieder 5 Uhr anfangen, damit wieder richtig gearbeitet wird. Aber es ging dann schön weiter und wir haben gegessen. Und meine Programmierer, drei Programmierer saßen da, die trinken immer Gin Tonic. Weißt du, früher haben die Leute Bier und Wein getrunken. Das kostet 2 Euro. Gin Tonic, schön in Düsseldorf, auf Gin Tonic 8,50 Euro. Da kommen noch die Hibiskusblüte rein, Pfeffer, schmeckt komplett anders, ganz anders. Da kostet das 8,50 Euro. Und die immer drei Gin Tonic am Bestellen und ich immer im Kopf am Rechnen, wieder 25,50 Euro. Wieder 25,50 Euro. Irgendwann war das Ding zu Ende. Irgendwann hatten wir alles gegessen und ich dachte, Gott sei Dank, jetzt geht es daran, die Rechnung zu bezahlen, kannst du gleich nach Hause, die gehen noch in die Stadt ein bisschen feiern. Und dann kam der Auftritt des besten Vertrieblers, den ich jemals kennengelernt habe. Der kam zu uns an den Tisch und meinte, hat ganz langsam gesprochen, hat es Ihnen geschmeckt? Und ich sagte, ja, ja, super, war lecker, machst du uns die Rechnung fertig? Er sagte, einen Moment noch, sehen Sie doch drüben in der Küche meine Frau stehen? Und da dachte ich, oh Gott, wie geht die Geschichte jetzt weiter? Meine Frau ist heute für Sie extra zum Düsseldorfer Wochenmarkt gefahren, um frische Haselnüsse zu besorgen. Danach ist meine Frau zur Metro gefahren, um für Sie frische Schweizer Couvertüre zu besorgen. Als meine Frau im Regen fünf Stunden später wieder zurückkam, hat sie extra für Sie vier Stunden in der Küche gestanden, um für Sie einen original afghanischen Schokoladenkuchen zu backen. Wem von Ihnen darf ich denn so ein Stück dieses puren Glückes jetzt anbieten? Die Frau die ganze Zeit aus der Küche am Winken. Jeder, jeder meiner Mitarbeiter, jeder meiner Mitarbeiter am Aufzeihen und die Programmierer, ja, machst du doch direkt nochmal drei Gin Tonic dabei? Das sind so Situationen, du wirst hoffentlich ein bisschen lachen, aber das sind so Situationen, die das Leben beschreibt. Aber worum geht es da? Um zwei Dinge. Das eine ist, das Produkt auf die richtige Art und Weise zu beschreiben, das im wahrsten Sinne des Wortes, das Wasser im Mund zusammenläuft, ist eine extrem hohe Kunst. Der zweite Punkt ist, obwohl es eigentlich zu Ende war, obwohl wir bereits gegessen hatten, kam der Auftritt dieses Vertrieblers, der uns gezeigt hat, dass ich dranbleiben muss, dass ich Upsells verkaufen kann, dass wenn ich das Gefühl habe, eigentlich ist es zu Ende, dass dann genau der Zeitpunkt ist, nochmal einen obendrauf zu setzen. Und das hat er super erfolgreich gemacht. Er war nämlich nicht nur der Kellner, sondern gleichzeitig auch der Eigentümer dieses Restaurants. Und der hat gezeigt, wie sehr man, wie sehr du für deine Idee kämpfen musst, wie sehr du dich ins Zeug legen musst. Ein anderes schönes Beispiel, kommen wir mal ein bisschen weg von der Schokolade, gehen wir mal ein bisschen so in das körperliche Miteinander. Habe ich dir aber auch mitgebracht, was ich dir an der Stelle ganz gerne mal zeigen möchte. Eis.de Kennst du vielleicht? Was sag ich da? Erwachsenenspielzeug. Zwei Sachen, die du da für dein Marketing wieder mitnehmen kannst. Erster Punkt ist, früher waren doch Sexspielzeuge, das war was Anrüchiges. Da bist du, ich natürlich nie, aber da bist du hinterm Bahnhof gegangen. Hinterm Bahnhof gab es dann von mir aus Beate-Use-Store, wo du reingegangen bist, hast du den Käppi an, Sonnenbrille angezogen, dann bist du so reingegangen, was haben sie mal, haben sie hier irgendwie und hast dann da Produkte gekauft. Ein ziemlich schönes Erlebnis, muss man sagen, für eine sehr schöne Nebensache, also ein nicht wirklich tolles Einkaufserlebnis. Und du siehst ja, wie sich dieser Markt massiv verändert hat, egal ob es jetzt ISD ist, ob es Amorelie ist oder wer auch immer es am Ende des Tages ist. Aber Sexspielzeuge haben ein Problem. Und damit meine ich jetzt nicht, dass die Batterie leer geht, sondern wenn du mal darüber nachdenkst, du sitzt jetzt irgendwo im Unternehmen, bist am Arbeiten, hast jetzt bei Greater in Köln angefangen und denkst dir, ach, hör mal, ich habe gerade Mittagspause, ich bestelle mir mal was bei Eis.de. Jetzt bin ich fast nie zu Hause und lass mir das in das Büro schicken. Dann landet das vorne bei der lieben Empfangsdame, die dein Paket von Eis.de entgegennimmt. Ach, guck mal, der Felix, der hat neu bei uns angefangen, hat sich erstmal schön was bei Eis.de bestellt. Da weiß doch jeder direkt, dass du Sexspielzeug bestellst. Jetzt kannst du sagen, das ist mir egal, aber den meisten Leuten wäre das ein wenig unangenehm. Oder zu Hause nimmt es die Frau Müller entgegen. Die Frau Müller kriegt das Paket, die nimmt alle Pakete an, dann kommt die abends zu dir und sagt, hey, Donnison, da ist was für Sie gekommen. Sagst du, ja, was ist denn da gekommen? Ja, da ist was für Sie gekommen. Ja, was? Ja, Sie haben das Sexspielzeug im Internet bestellt, Sie wissen aber, 22 Uhr ist doch bei uns Nachtruhe. Was will ich dir damit sagen? Eine Sache, die ganz wichtig ist, die extremst viele Unternehmen falsch machen. Du musst dir deinen kompletten Verkaufsprozess anschauen. Von ganz am Anfang, vom ersten Kontakt bis zum wirklichen Verkaufsabschluss. Nur wenn das Ganze im wahrsten Sinne des Wortes eine Röhre ist, die Wasser durchlaufen lässt und die Absperrhähne, die 500, die dazwischen sind, sind nicht zugedreht, nur dann wirst du erfolgreich sein. Welche Erfahrung hat EIS.de gemacht? Eine sehr schöne. Die haben gemerkt, das ist das Schöne am Online-Marketing, dass am Ende des Kaufprozesses, wenn die Leute die Produkte alle in den Warenkorb gepackt haben, auf einmal zu viele Leute doch nicht bestellen. Jetzt kann man sagen, vielleicht haben sie sich anders überlegt, vielleicht hat Frau Müller warte geklingelt, was auch immer, aber die haben darüber nachgedacht, warum ist das so? Und sind zu der Erkenntnis gekommen, dass genau die Situation, die ich dir gerade beschrieben habe, für viele Leute sehr unangenehm ist. Die denken sich in der Situation, oh Gott, nee, dann nimmt das Paket irgendeiner, dann wissen die, dass ich mir hier so Schmuddelzeug im Internet bestelle und hatten einen sehr, sehr schlauen Schachzug. Du kannst im Bestellprozess bei EIS.de auswählen, nicht nur, wer der Empfänger ist, sondern auch, wer der Absender ist. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, das ist von Druckerzubehör. Ich sitze bei Greater im Büro. Felix, da ist dein Druckerzubehör gekommen. Ah, danke. Du kannst das Paket zwar nicht aufmachen, vor Ort, aber du kannst auswählen, wer der Absender ist. Und das finde ich so wichtig, zu überlegen, an welchen Stellen in deinem Kaufprozess kann es Kaufbarrieren geben und geh bitte nicht von dir aus, sondern geh davon aus, wie es potenziell bei anderen sein könnte und versuch diese Kaufbarrieren nacheinander zu eliminieren. Das finde ich, hat EIS.de an der Stelle sehr gut gemacht. Kannst dir halt von Druckerzubehör, Handyzubehör, kannst du auch sagen, ist doch nur Modeschmuck. Was auch immer es ist, solltest du dann nur einen Drucker zu Hause haben, wenn einer nach oben kommt und sagt, kann ich bei dir mal eben was ausdrucken. Wenn du immer Druckerzubehör nach Hause geschickt kriegst. Neben den Kaufbarrieren gibt es aber eine Sache, die eigentlich noch eine viel größere Rolle spielt. Und diese Sache bist du selbst. Und ich will dir das ganz gerne an einem ganz konkreten Beispiel von mir selber erzählen. Und dazu habe ich dir ein Bild mitgebracht. Ein Bild, was zeigt, wie ich in sehr, sehr jungen Jahren ausgesehen habe. Du siehst eine Fokussierung. Das ist ein Foto nach meiner allerersten Schiel-OP. Ich hatte insgesamt in meinem Leben drei Schiel-OPs. Und wie du siehst, da schiele ich ja nicht mehr. Das ist ja komplett schon gelöst, das Problem. Aber wenn ich jetzt so locker darüber rede, dann ist das was, was ganz, ganz viele Jahre gedauert hat. und dass ich viel Zeit dafür gebraucht habe, das für mich selber zu verinnerlichen, für mich selber ein Gefühl dafür zu bekommen. Weil als ich ganz klein war, hatte ich immer hier so einen Aufkleber auf dem Auge und konnte eigentlich nicht wirklich viel sehen. Und gerade in so jungen Jahren kann ich mich an viele Situationen erinnern, die nicht besonders schön waren. Ich kann mich daran erinnern, wo meine Mutter mit einer anderen Mutter im Kindergarten gesprochen hat und die andere Mutter zu meiner Mutter sagte, ihr Sohn, der Felix, der kann auch gerne zu unserem Kindergeburtstag kommen und der Sohn von ihr sagte dann, nein Mama, ich möchte nicht, dass der behinderte Junge kommt. Und für mich war das damals vielleicht auch eine Situation, die ich noch gar nicht so richtig verarbeiten konnte, aber mit den Jahren habe ich so gemerkt, da stimmt irgendwas nicht mit dir. Mit deinen Augen stimmt irgendwas nicht. Lehrer, die gesagt haben, kannst du bitte vorne an die Tafel gucken und du selber immer gesagt hast, ja, aber das mache ich doch gerade. Frauen, mit denen du flirten wolltest und die du in den Augen schauen wolltest und es nicht richtig funktioniert hat. Und dann habe ich mir überlegt und überlegt, was mache ich denn jetzt? Und viele Jahre hat mich das auch begleitet und ich habe immer gedacht, mein Gott, was wäre ich gerne Redner geworden oder was hätte ich gerne Leute beraten oder was hätte ich gerne von der Kamera gestanden für verschiedene Sendungen, wenn ich doch nicht schielen würde. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob es etwas ist, was ich persönlich ändern kann. Etwas ist, wo ich das Gefühl habe, dass es mich nicht nur mein ganzes Leben noch begleiten wird, sondern dass es immer, immer wieder Leuten auffallen wird. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ob es etwas ist, was ich persönlich ändern kann. Und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das überhaupt nicht möglich ist, dass ich das eben nicht mehr ändern kann. Es ist ein Teil von mir, so wie du Dinge bei dir haben wirst, die ein Teil von dir sind, die zu dir als Person dazugehören. Genauso wie deine Stärken wirst du diese Dinge haben, die du als Problem bezeichnest, als Herausforderung, als Schwäche oder als etwas, was du unbedingt ändern willst. Du solltest dich aber fragen, ob diese Dinge dein Leben lang eine Entschuldigung dafür sind, dass du deine Ziele in dem einen einzigen Leben, was du hast, nicht erreichen konntest. Und wenn du das für dich verinnerlicht hast und weißt, ich bin diese Summe aus allem, was mich stark macht, aber auch aus allem, was für mich eine Schwäche darstellt. Wenn du das in deinem eigenen Kopf verinnerlicht hast, dann wirst du auch stolz darauf sein. Dann wirst du sagen, ja, es ist ein Teil von mir, es zeichnet mich vielleicht sogar aus. Andere Leute können nur geradeaus gucken. Ich kann auch zwei Sachen gleichzeitig angucken. Wer kann das schon? Also, versuch dich selber genau auf diese Dinge zu fokussieren. Werfe einen Fokus auf das, was dich stark macht, verurteile dich aber nicht für die Dinge, die du vielleicht nicht kannst. Und ich glaube, dann wirst du ein ganz, ganz großes Stück weiterkommen. Ich wünsche es dir auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir den Vortrag angeschaut hast. Toll, dass du dabei warst und ich wünsche dir super viel Erfolg. Das ist ja schonücklich. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist ja dann,